Liebe Unterstützerinnen, wir fragen uns auch, warum dieses Projekt Jognaug Romanes möglich ist. Die Initiatorinnen sagen, dass diese Projektarbeitsplätze und eine bessere Zukunft für die Jugend Roma schaffen sollen. Sie würden ihre Familien damit unterstützen und sie würden damit für sich eine bessere Zukunft Voraussicht schaffen. Bedeutet das, dass die Roma diejenigen sind, welche sich für das Wetteln entscheiden haben? Soll das bedeuten, dass Roma nicht arbeiten wollen und dass sie ohne politische Gründe flüchten von einem Land zum anderen? Bedeutet das, dass die Jugend Roma nicht zur Schule gehen wollen? Warum? Woher beziehen sie alle diese Wissen über Roma? Woher können sie ganzen Annahmen über Kultur und das Leben von Roma? Warum werden solche Projekte nicht für eine andere Gruppe von Kindern eingerichtet sein? Wie können die jungen Roma eine bessere Zukunft haben, wenn sie Knoblauch anbauen werden? Wie sollen die Communities unterstützt werden, wenn die jungen Generation auf den Knoblauchplantagen arbeiten werden? Wie sollen denn dann die Communities akzeptiert und respektiert sein? Werden sie dann als Knoblauch-Communities anerkannt sein? Was passiert dann mit denjenigen, die schreiben wollen? Was passiert mit denjenigen, die in der Mitte der Stadt leben wollen? Oder denjenigen, die Mathematik lernen wollen? Oder denjenigen, die lieber professionellisch fortmachen wollen? Dürfen sie alle diese Wünsche haben? Ist dieses Projekt wirklich ein gutes Modellprojekt? Werden hier die Menschenrechte respektiert, wenn eine Gruppe für das Leben von einer ganzen Bevölkerung entscheidet? Ist dieses Projekt frei von Diskriminierung, wenn Menschen eingeschränkt werden? Ist dieses Projekt gegen Romaphobia, wenn die Roma als Minderheit beleidigt und zur Bearbeit auf Knoblauchplantagen gezwungen werden? Stopp für Knoblauch-Romanes.